Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Rückkehr des Kreuzzugs anzunehmen bei Game Graumene in Sturmwind an dieser Position. 4Quest war Grund zur Ablenkung. 5Quest gehört zum Pre-Patch von Shadowlands. Könnte also sein, dass es die Quest nicht mehr gibt, wenn Shadowlands erschienen ist. Ich laufe hier bzw. ich fliege hier dem Weg nach, damit ihr auch den Weg findet, wenn ihr Flieger nicht haben solltet, was ich bezweifle. Oh, jetzt hat es gewickelt. Und man muss an dieser Position. Quest ist abzugeben bei Kommandant Gregor in Sturmwind an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Wird mich freuen, wenn ihr den benutzt. Also falls ihr noch kein Abonnent seid. Und den Link zu meinem Twitch-Kanal gibt es in der Videobeschreibung. Eizocke Ende